Die Basketballerinnen des Herner TC sind zum ersten Mal deutscher Meister. Im entscheidenden fünften Playoff-E-Finale der Damen-Basketball-Bundesliga, DBBL, ließ der Haupthundensieger am Samstag Titelverteidiger grüner Stern Keltern beim 80 zu 60, 42 zu 27 keine Chance und machte das Double perfekt. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga-Pesaro sorgt für Dortmunder Drameind. Fußball, Premier League, Big Point für Klopp, Sorge um Salah-Fußball, Bundesliga Bayern, Kontekbeckenbauers, Kritik-Fußball, 2. Bundesliga-Wolf bleibt, trotz HSV-Blamage Check, 24 Doppelpass mit Eberl, 11 Uhr im TV-Dremitsch, Gladbach hält aus dem Nichts in März, hatte Herne bereits den Pokal-Wettbewerb gewonnen, ebenfalls erstmals. Der HTC hatte die Hauptrunde mit nur zwei Niederlagen beendet und im Halbfinale den früheren Serienmeister TSV Wasserbach glatt ausgeschaltet, 2 zu 0. In der Best-of-Five-Serie gegen Keltern, das im Vorjahr seine DBBL-Titelpremiere gefeiert hatte, dominierte die Mannschaft von Trainer Marek Biotrowski das Entscheidungsspiel in eigener Halle und setzte sich mit 3 zu 2 durch. Let's block ads, why?